Piu-Piu! Es ist so warm hier drin, Alter. Ich krieg hier. Und ich darf wegen euch meinen Ventilator nicht anhaben, mein Fenster nicht offen haben, weil sonst so viele Hintergrundgeräusche wären. Das würde... Das würdet ihr nicht handeln können. Ihr würdet einfach sterben an Hintergrundgeräusch-Overload. Jetzt hab ich so ein Kack-Team. Ich hatte doch gerade so ein schönes Team. Kommt bitte einer... Ja, okay, sie kann healen. Sie muss halt nur treffen, ne? Ja, wir brauchen noch einen Tank. Aber der Wakala... Okay, hat einen Tank genommen. Sehr schön. Okay, wir greifen zuerst an. Nice. Äh, wir verteidigen zuerst los. Ups. Halt der Maul, Mann. Ich kann nicht... Loll. Tschüss! No, wo bin ich zur Hölle? Huh! Ah! Nein, 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 nein! Hilfe! Hallo? Ich hab X. Oh, Heilung! Dankeschön! Die haben ne scheiß Mercy. Nein! Das darf nicht sein. Warum haben die denn ne Mercy? Ich mein, wer schon schlau, ich hätt auch gerne Mercy, aber... Dankeschön! Tschüss! Danke! Nein! Tschüss! Ah! Ah, nice, Dankeschön. Okay, immerhin ist der Healer kompetent, ja? Ja, komm. Wie weicht ihr dem Scheiß aus, hä? Wie wollt ihr das... Ach, nee, das ist ein Soldier? Halt dein Maul! Ich brauche Heilung. Hm? Wo bist du? Ich lebst. Lebst du? Hallo? Brauche Heilung. Existierst du noch? Ich geh jetzt nicht mit 13 in meine Ulti da rein. Mit 13 HP. Sicher nicht. Ich mach jetzt einfach Full Risk. Das ist eure gerechte Strafe. Scheiße. Ja, ein einziger Sniper-Schuss hat halt gereicht. Das ist das Problem. Ich fühle mich schon wie so ein Genji, der einfach immer Heilung drückt, obwohl er gar keine braucht. Doch, komm. Was ist denn das? Wie wird dich... Hallo? Wieso konzentriert sich der Typ denn... Guck mal, tausend Gegner stehen vor ihm und er konzentriert sich auf mich. Ich habe schon einfach Erfahrung und denke, ich sage, okay, für ein Ulti, ich schieße drauf. Scheiß Arschloch. Ihr kommt schon wieder! Dieser Soldier geht mir auf die Eier. Kann den bitte jemand umbringen? Ist okay. Tschüss. Alle immer auf mich. Immer auf mich. Das ist doch nicht mehr witzig, Mann. Kann doch nicht sein. Verläng... Ja, alles klar. Gut, von mir aus auch noch Verlängerung. Ich stehe dann schon mal hier, ne? Verlängerung! Scheiß mal auf die Kack. Verlängerung. Yes! Ja, komm! Bam! Weg damit! Die Mercy auch weg! Komm! Ich klopse weg! Alles klar! Puh! Eigentlich wollte ich das hier machen. Das solltet ihr doch nicht tun. Ja, sehr schön, Leute. Ja, easy win. Easy win. Da ist auch ein Reinert. Was? Komm, Alter! Was soll das? Die Swin! Komm schon! Wollte schon sagen, Mann. Na, du hässliches Mistviech. Komm mal, da... Wenn ich... Warte, was... War das jetzt, weil ich da... Weil er geatmet hat? Oder weil ich... Äh, egal. Komm, den krieg ich doch, oder? Huh! Nein! Soldier! Okay! Soldier, ne? Er ist also der dümmste Charakter in diesem Scheiß-Spiel! Au! Tschüss! Ja, nice! So, Reinert... Ja, danke! Ich hab verstanden. Oh! Kommt schon wieder Soldier her! Tschüss! Oh! Sehr schön! Yes! Oh, Mann! Ich wollte den machen! Warum... Huh! Achso, das ist unser... Haha! Oh, Gott! Hä? Da ist der Tracer! Nein! Ah! Warte, Leute! Äh, ich kenn den Geheimcode, dauert uns 20 Sekunden. Bip, bup, bip, 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 bip! Ich glaub, wir haben's kaputt gemacht! Nee! Bin nochmal weg, ne? Tschüss! Kein getroffen? Nur, nur so ein kleinen Hitmarker gelandet? Wie? Hallo? Durch den kleinen Spalt, oder was? Ja? Gut, dass ich zu dem Zeitpunkt nicht anwesend war. Die Runde war Kacke! Mann! Ui, ich bin der einzig aus unserem Team hier. Krieg... Äh, Leute. Ja, ja. Ich hab einen Punkt bekommen. Krieg ich noch einen. Den hab ich mir nicht gegeben. Die Szene hab ich gar nicht gesetzt. Hey, Leute. Ich spreche aus dem Off mit euch. Das war's mit diesem Video. Wenn's euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Schaut in meinem Merchandise-Shop vorbei. Der hat ein neues Design. Auf jeden Fall mal, äh, vorbei lurksen. Gibt's das Wort? Nein. Wahrscheinlich nicht. Dann würde ich sagen, äh, lasst eine positive Bewertung da. Abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns in einem neuen Videos. Bis dann. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.